Schönen guten Abend, liebe Magdeburger. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein und ich bin ein bisschen überrascht, dass es hier fast so wenig ist wie bei uns oben an der Küste. Aber das stehen wir schon gemeinsam durch, glaube ich. Ich bin wieder mal an diesem wunderschönen Schild vorbeigefahren, das da sagt, willkommen in Sachsen-Anhalt, dem Land der Frühaufsteher. Ich muss sagen, da bin ich immer voller Respekt. Wenn ich so viele Menschen sehe, die gerne früher aufstehen. Ich gehöre persönlich nicht dazu. Und ich staune, dass Sie auch abends noch so ausgeschlafen sind und dass Sie generell so ausgeschlafen sind, denn nur so kann es sein. Wenn Sie 15 Prozent hier haben in der Wahlumfrage in Sachsen-Anhalt, herzlichen Glückwunsch. Das ist meine Ansage und eine wichtige Vorlage für unsere Wahl, die dann ja im September kommen wird, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da kann ich uns um Spitzenkandidaten hier in Sachsen-Anhalt, André Pongbrock, wirklich nur gratulieren. Aufenthalt meines Landesverbandes. Und ich sage Ihnen, wenn das Tempo so weitergeht, wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir ein echtes Erdbeben, ein politisches Erdbeben erleben. Und das, liebe Freunde, hat unser Land auch bitter nötig. Es wird das entscheidende Signal nach Berlin sein, dass wir Bürger uns nicht länger von einer abgehobenen Politikerkaste Richtung Abgrund freien lassen. Wir machen Merkels Irrsinn nicht länger mit. Wir wehren uns gegen den schneidenden Verfall von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir stehen auf gegen den Ausverkauf unseres Landes, unseres Wohlstandes, unserer Kultur. Die Euro-Krise, die planlose Energiewende, das einseitige Russland-Wäschchen, jetzt die unkontrollierte Massenzuwanderung. Merkel, Seehofer und Gabriel agieren gegen das eigene Volk. Es wird höchste Zeit, dass wir gemeinsam gegen diese inländerfeindliche Politik antreten. Und wir sind ja schon dabei. Reden wir über die Asylkrise. Wir haben den Ausdruck! Reden wir über Merkels Asylchaos. 1,1 Millionen Migranten kamen im Jahr 2015. Dazu Hunderttausende und ungezählte, unregistrierte. 2016 rechnet die EU mit weiteren 3 Millionen. Wir können aber noch froh sein, dass sich diese 3 Millionen auf ganz Europa verteilen. Also auf die Länder, die mitmachen. Polen zum Beispiel. Tatsächlich, die Polen machen jetzt mit. Die nehmen jetzt auch Migranten auf. 400. Also nicht täglich, sondern in diesem Jahr. Und ähnlich sieht es überall aus. Kein Wunder, warum. Denkt man aus der Sicht dieser Länder. Sollen wir denn auswarten, was die Merkel angerichtet hat? Aber Frau Merkel klammert sich weiter hilflos an eine europäische Lösung. Träumen Sie gerne weiter, Frau Bundeskanzler. Aber träumen Sie bitte zu Hause weiter. Wir brauchen keine Traumtänzer im Kanzleramt. Wir brauchen endlich Realpolitiker, die sich nicht davor scheuen, endlich wieder Recht und Ordnung an der Grenze durchzusetzen. Dann lassen Sie die Kernaufgabe des Staates, für innere und äußere Sicherheit zu sorgen. Und wer diese Aufgabe nicht erfüllt, dem müssen wir den Regierungsauftrag ganz klar und ganz schnell entziehen. Und so wird es auch kommen. Sie haben es mit in der Hand, schon jetzt, am 13. März. Bitte gehen Sie zur Wahl und kreuzen Sie richtig an. Natürlich wäre es besser, wenn unsere EU-Außengrenzen geschützt würden, so wie es in Schengen vereinbart war. Aber das ist ja nun seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall. Es kann also nur eine Lösung geben, wenn wir als Staat überleben wollen. Wir müssen jetzt unsere nationalen Grenzen schützen. Und schauen Sie sich um, andere tun es schon längst. Die Ungarn waren die Ersten. Sie haben einen Zaun gebaut, um ihr Land vor illegalen Gänzübertritten zu schützen. Damit hat Viktor Orban seinem Land die größten Probleme erspart. Der Mann hat im Interesse seines Volkes und im Rahmen des geltenden Rechts gehandelt. Und dafür wurde er von zahlreichen europäischen Politikern beschimpft. Ich finde, er kann stolz sein, dass er sich als einziger an die Regeln gehalten hat. Und dafür hätte er eigentlich keinen Orden verdient. Und zuletzt haben die Nordeuropäer dicht gemacht. Und Österreich beginnt jetzt auch die Wende seiner Asylpolitik. Angie ist allein zu Hause. Niemand folgt mehr der entrückten Weltrettungskanzlerin. Merkel allerdings setzt sich weiterhin konsequent über das Recht hinweg und lässt alle Migranten passieren. Sie hat sich selbst ermächtigt, sagte kürzlich ein ehemaliger Verfassungsrichter. Er sprach auch von einer selbstherrlichen Kanzlerdemokratie. Andere ehemalige Verfassungsrichter haben sich ähnlich geäußert. Das sagt einiges. Merkel bricht das Grundgesetz. Und das ist ein riesengroßer Skandal. Aber wo bitte? Wo bleibt der Aufschrei? Wo bleiben die engagierten Journalisten, die sich darum kümmern? Putz verredet ab! Pulz verredet ab! Puls verredet ab! Pulz verredet ab! Pulz verredet ab! Pulz verredet ab! Niemand begehrt wirklich auf gegen die Rechtsbrüche Merkels. Sie hören das höchste Fall ganz ganz leise im Hintergrund eine ohrenbetäubende Stimme. Wie kann eine amtierende Bundeskanzlerin Gesetze und Verträge einfach negieren? Das kennen wir eigentlich nur von Potentaten. Liebe Freunde in Magdeburg, wir sind 1989 oder viele von Ihnen auch schon auf die Straße gegangen. Nicht dafür, um uns jetzt wieder der Willkür aussetzen zu müssen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und darum stehen wir wieder hier und wir werden so lange weitermachen, bis wir wieder freie Bürger in einem rechten Rechtsstaat sind, in dem auch die Bundeskanzlerin nicht über dem Gesetz steht. Dafür ist die AfD angetreten. Wir sind das Volk! 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 Was wir im Moment erleben, das ist ein Bevölkerungsaustausch. Man kann es nicht anders sagen. Ich möchte das mit drastischen Zahlen verdeutlichen. 2015 und 2016 zusammen sind am Ende vielleicht 4 Milliarden, 4 Milliarden noch nicht, aber 4 Millionen Migranten durch die unkonfligte Massenzuwanderung zu uns gekommen. Merkel argumentiert ja, 4 Millionen bei 80 Millionen Einwohnern, das ist ja noch gar nicht so viel, das verteilt sich. Allerdings ist das eine Milchmädchenrechnung. Nehmen wir nur an, und das ist positiv gerechnet, dass von diesen 4 Millionen etwa 2,5 Millionen langfristig bleiben. Und über den Familiennachzug, 3 Personen pro Migranten nachkommen, dann wären dies insgesamt schon 10 Millionen Menschen. Davon die allermeisten im Alter von 20 bis 35 Jahren. Und das ist der entscheidende Punkt. Diesen 10 Millionen stehen heute etwa 12 Millionen Deutschstämmige in der gleichen Altersgruppe gegenüber. Das bedeutet, auch alle darauffolgenden Generationen hätten bereits zur Hälfte einen Migrationshintergrund und damit zu einem großen Teil eine völlig andere Religion und Kultur. Frau Merkel, nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, dass das deutsche Volk mit der Aufnahme von Millionen Migranten Jahr für Jahr deutlich überfordert ist. Wir können das nicht schaffen und wir wollen das nicht schaffen. Denn uns ist eines sehr wichtig. Wir wollen die Identität unseres Landes erhalten. Deutschland soll auch für unsere Kinder und Enkelkinder das Land der Deutschen bleiben. Damit ich nicht missverstanden werde. Natürlich wollen auch wir Bürgerkriegsflüchtlinge helfen. Aber das geht nur bis zu einer Obergrenze hier bei uns in Deutschland. Und diese ist für die nächsten Jahre längst erreicht. Deshalb sagen wir, wir müssen unsere Unterstützung jetzt vor Ort leisten. In der Nähe der Heimatländer, in den Aufnahmezentren. Dort müssen wir für eine bessere Ausstattung und eine menschenwürdige Unterbringung sorgen. Dazu ist die AfD gerne bereit. Unsere Möglichkeiten hier im eigenen Land sind aber begrenzt. Sowohl die finanziellen Möglichkeiten als auch die Möglichkeiten zur Integration. Ich bin wirklich schon gespannt, wie Integration funktioniert. Zum Beispiel in dem kleinen niedersächsischen Dorf Sumte mit 100 Einwohnern und 1.000 Migranten. Mal sehen, wer sich da bei wem integriert. Aber dieses Phänomen kennen wir eigentlich schon. Wir müssen uns ja nur umschauen. In Berlin-Neukölln, in Hamburg-Berensburg, in Duisburg-Marxloh. Und jetzt mit aber Millionen Migranten soll das besser klappen. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Je mehr Zuwanderer hier sind, umso weniger wird Integration gelingen. Und wir haben leider dafür sehr krasse Beispiele gerade erlebt. Nach der Silvesternacht von Köln gibt es mittlerweile über 800 Anzeigen wegen Rauchs und wegen sexueller Belästigung. Die Berichte der Opfer und der Polizisten sind erschreckend. Und das ging uns allen an die Substanz. Und jetzt werden die Täter wenigstens bestraft. Sag und schreibe, ein mutmaßlicher Täter sitzt im U-Haft. Das spricht Bände. Und das soll unsere Zukunft sein. Wir sagen Nein! Nein! Natürlich gibt es viele, die sich gut integrieren. Das sage ich gerne. Doch es gibt leider zu viele, die immer wieder Ärger machen. Und dabei handelt es sich nun mal häufig um junge, männliche Zuwanderer aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum. Wir holen uns Menschen in unser Land, die mit ihrer Negierung des Rechtsstaats, der Gewaltbereitschaft, ihrer Frauen- und Schwulenfeindlichkeit und der Verdammung aller Religionen außer der eigenen, die öffentliche Sicherheit und unsere europäische Lebensweise gefährden. Solche Typen wollen wir hier nicht. Wir gehören nicht in unser friedliches Land. Abschieben! 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 Das ist auch die Idee von Frau Merkel. Abschieben! Dieses Stöckchen hält sie uns jetzt hin. Das Abschieberecht soll verschärft werden und man kann tatsächlich natürlich drüber reden. Aber das allein kann die Probleme nicht lösen. Es ist im Moment, wie die Lage ist, eine Placebo-Pille. Denn wen will Merkel abschieben? Wenn keiner oder kaum einer der Peiniger von Köln überführt und verurteilt wird. Und wenn doch einer erwischt werden sollte, bekommt er dann wirklich eine so hohe Haftstrafe, dass er abgeschoben werden kann. Am Ende muss er bei unseren Richtern vielleicht doch nur ein Wochenende Sozialarbeit leisten. Aber falls es dann doch zu einer hohen Haftstrafe reichen sollte, kann er am Ende gar nicht abgeschoben, weil er im Heimatland verfolgt wird oder weil er keinen Pass mehr hat. Sie sehen, das alles reicht nicht. Entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Und deswegen fordere ich drei wichtige Punkte. Erstens. Wir müssen endlich die Schotten schließen, damit das Problem nicht noch größer wird. Grenzen sichern, Aufnahmestopp für die nächsten Jahre, stattdessen Hilfe vor Ort. Zweitens. Einen Teil der Mittel, die wir dadurch einsparen, setzen wir für die deutliche Verstärkung von Bundes- und Landespolizei ein. Die brauchen das dringend. Und dann ändern wir drittens das Abschieberecht so, dass jeder, der zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, auch auf Bewährung rigoros abgeschoben wird. Für den Fall, dass die Rückführung in die Heimat unmöglich sein sollte, müssen wir Verträge mit anderen Staaten parat haben, die diese Leute aufnehmen. Wir brauchen endlich echte Abschreckung als Prävention. Liebe Bankensteburger, es gibt unheimlich viel zu tun für uns. Natürlich müssen wir als allererstes das Erfüllchaos beenden. Wir müssen aber auch unsere Gesellschaft wieder zu einer Offenung machen. Zu einer Gesellschaft mit wirklicher Meinungsfreiheit. Es sind gerade die, die immer von Vielfalt und Demokratie reden, die Andersdenkende ausgrenzen und diffamieren würden. Das geht gar nicht. Wir als AfD erleben es oft genug. Aber wir nehmen das für unser Land gerne in Kauf. Denn irgendwer muss ja den Anfang machen, damit wir die Gouvernanten der politischen Korrektheit endlich in die Wüste schicken können. Wir wollen frei denken, wir wollen frei reden und frei politisch arbeiten. Und wir wollen auch unsere Heimat lieben dürfen, so wie es in jedem Land der Welt normal ist. Es geht uns um unser Vaterland Deutschland. Wir wollen unser Land so erhalten, wie wir es kennen und lieben. Und deshalb müssen wir alle und noch viel mehr jetzt auf die Straße gehen. Und wir alle müssen zu den nächsten Wahlen gehen und richtig ankreuzen. Damit wir dann endlich Schluss machen können mit den fortlaufenden Rechtsbrüchen der Merkel-Regierung. Schluss mit der Verscherbelung des Vermögens mehrerer Generationen an nicht rettbare Pleite-Länder. Schluss mit der Abgabe von immer mehr Souveränität an nicht demokratisch legitimierte EU-Organe. Und Schluss mit Merkels grenzenlosen Wahnsinn der unkontrollierten Massenzuwanderung. Und ich sage Ihnen, wir schaffen das. Gemeinsam sind wir eine große Macht. Wir sind der Souverän. Wir sind das Volk. 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 Und wir hier in Magdeburg und im ganzen Osten wissen, wir haben das schon einmal geschafft. Wir haben schon einmal eine friedliche Wende in Gang gesetzt. Ja, wir schaffen das nochmal. Ja, warum denn nicht? Und wir schaffen das ohne Frau Merkel. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben genug Schaden angerichtet. Treten Sie endlich zurück und machen Sie den Weg frei für die Erneuerung unseres Landes. Für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unser deutsches Volk. Vielen Dank. Magdeburg. Vielen Dank. Vielen Dank.